hallo und herzlich willkommen zu aber bitte ohne freut mich dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute wollte ich euch zeigen wie man eine andere vegane mayonaise macht heute machen wir eine cashew sesam mayonaise und dazu brauchen wir eine schüssel zum aufmixen ein bisschen sojamilch ein bisschen soja soße ich habe glutenfreie soße von kikoman ein bisschen sesamöl mildes olivenöl und cashewkerne dann ich habe hier 30 gramm 30 milliliter oder 30 gramm soja soße und nun jetzt auf 100 gramm mit sojamilch auffüllen 70 gramm sojamilch in dem fall ok das sesamöl ist sehr intensiv da tun wir also wir brauchen für 100 milliliter flüssigkeit zirka 140 gramm öl dann tun wir jetzt mal abwiegen 70 gramm sesamöl und 70 gramm olivenöl ok perfekt und ich stelle mir ein feuchtes tuch auf dem herrkopf es erstmal ein bisschen pürieren dass die cashewkerne aufgelöst sind und dann fuhren wir langsam mit dem öl aufmontieren und fertiges zee vegane glutenfreie sesam cashew mayonaise so und fertig ist sie vegane laktosefreie glutenfreie mayonaise ist wirklich super lecker salz brauchen wir hier in dem fall keinen dazu geben weil die soja soße sehr salzig ist und ist wirklich super schnell gemacht schmeckt lecker für was auch immer für asiatisch oder vielleicht auch für thunfisch zu was ihr gerne möchtet dann viel spaß beim nachkochen danke fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat gibt mir noch nach oben und ich sage tschüss bis zum nächsten mal